Herzlich willkommen zum Flyer-Check vom PC-Tipp. Mein Name ist Daniel Bader und wir schauen uns heute den Inter-Discount-Flyer an. Der ist gültig vom 07.11. bis zum 20.11. und ich werde euch was erzählen über Tops und Flops. Und beginnen tun wir mit dem 4K-IPS-LED-Monitor, dem QNAP 819QA. Bei diesem Fernseher handelt es sich um ein 4K-Modell mit der Auflösung von 3840 x 2160 Pixel. Das Besondere an ihm ist seine Mini-LED-Technologie. Das heißt, er nähert sich sehr stark an OLEDs an. Das Modell ist von 2022, also top aktuell. Ausstattungsseitig gefallen mir da sehr gut die 4 HDMI, wobei es von diesen 4 HDMI 2.1 und 2 x 2.0 Varianten sind. Daneben hat er noch zwei USB 2.0 Ports. Auf die Energieeffizienz-Klasse G ist das 4K-Modell spezifiziert, sind sie aber alle. Ein bisschen schwachbrüstig ist der Sound, da bietet er nur 20 Watt, wobei 2.0, das heißt, er kommt ohne Subwoofer aus. Ein weiterer Pluspunkt sind die 120 Hz native Wiederholfrequenz. Spannend ist es trotzdem, das Modell, weil es für einen Preis von 799,90 den Besitzer wechselt. Kommen wir zum Fazit. Meiner Meinung nach ein super Modell. Ja, warum? Es bietet 4K-Auflösung, Mini-LED-Technologie. Das heißt, es variiert in bestimmten Regionen des Bildschirms die Helligkeit. Sehr kontrastreich, sehr hell, hat eine prima Ausstattung und nicht zuletzt der Preis von Interdiscon von 799,90 ist ein Pluspunkt. Deswegen, meine Meinung, Daumen hoch. Okay, kommen wir zum nächsten Modell. Dabei handelt es sich um einen Gaming-PC, den Asus Rockstrix G15 CF. Ein Tower-Modell, ja. An wen richtet sich das Modell? An Einsteiger im Gaming-Bereich. Kommen wir zur Ausstattung. Es hat eine transparente Seitenwand, einen sehr aktuellen Prozessor, den Core i7-12700KF, der bis zu 5 GHz hochtakten kann. Dabei hat er 8 Performance- und 4 Effizienzkerne. Des Weiteren hat er 16 GB an RAM, eine Terabyte SSD-Speicher im M.2-Format. Und natürlich als Pixel-Beschleuniger eine GeForce RTX 3060. Okay, das ist ein Modell, wo ich sage, es ist eine mittlerweile gute Einstiegs-Grafikkarte für Gamer. Den Chip stehen dabei 12 GB an RAM zur Seite. Natürlich kann das Modell nicht ganz mithalten mit einer RTX 3070 oder 90. Aber wird der PC angeschlossen an einen Full-HD-Monitor, dann lässt sich sehr wohl mit, ich sage mal, 60 Frames per Second durchgängig spielen, auch in höheren Detail-Tiefen. Deswegen finde ich unterm Strich ein gutes Angebot. Der Preis 1.299 Franken, den Interdiscount haben möchte. Auch hier gilt, Daumen hoch. Und noch ein Zückerli hat der Interdiscount in seinem neuesten Flyer. Und zwar das Tinten-Multifunktionsgerät PIXMA TS6351A für 99,90. Dabei handelt es sich um ein 3-in-1-Multifunktionsgerät auf Tintenstrahldruckerbasis. Es kommt mit 5 separaten Tintenpatronen. Und zwar Magenta, Zyran, Gelb, Schwarz und nochmal Schwarz für den Fotodruck. Natürlich kann man damit drucken, scannen und kopieren. Eine Fax-Einheit, auf müsst ihr leider verzichten, Leute. Macht nichts. Das Modell hat für einen OLED-Bildschirm, wenn auch mit 3.7 cm, relativ klein. Aber es lässt sich über Buttons bedienen. Das ist gut so. Die maximale Druckauflösung liegt bei 4800x1200 dpi. Und ist da auch für Fotodrucke durchaus sehr geeignet. Nicht zuletzt wegen den separaten 5-Tinten-Patronen. Papierkapazitätsmäßig hat es vorne 100 Blatt und hinten fasst es nochmals 100 Blatt. Wobei man die hinteren 100 Blatt auch für Fotopapier benutzen kann. Dann schmilzt es allerdings die Kapazität auf 20 Blatt zusammen. Besonders cool finde ich den Seitenpreis. Für eine schwarze A4-Seite werden 2,3-Rappen fällig. Für eine farbige 11-Rappen. Wobei man dabei auch die XXL-Patronen nehmen sollte. Und das weitere coole, was ich schon angedeutet habe, 5 separate Patronen. Das bedeutet, ist eine leer, lässt sich eine austauschen. Man muss also nicht gleich alles austauschen, wie bei diesen On-One-Patronen. Okay, Inter-Discount verlangt 9,90 €. Ich sage einen Daumen hoch. Ein cooles Angebot, gerade für den Einsteigerbereich. Für Fotodrucke kann man da nichts falsch machen. Kommen wir zum nächsten. Es ist der LED Beamer, der Freestyle von Samsung. Er wiegt 840 Gramm, ist mobil. Und bietet eine Projektionsgröße von 76 Zentimeter bis zu 2,50 Meter. Und die weitere Ausstattung, er löst mit Full HD auf. 29 x 1080 Pixel. Bietet eine Helligkeit von 230 Antilumen. Eine Lampenlebensdauer von 20.000 Stunden. Die Projektionsgröße habe ich euch gerade verraten. Die geht von 30 bis 100 Zoll. Verbrauch liegt bei 50 Watt. Und ein Sound hat er auch an Bord. Allerdings mit 5 Watt relativ sparsam. Des Weiteren bietet der HDMI-Anschluss einen USB-Port. Bluetooth, Wi-Fi 5 und Wi-Fi direkt. Cool sind die Maße. Die sind nämlich gerade mal 10,4 Zentimeter, 17,3 und 9,5 Zentimeter in der Breite, Höhe und Tiefe. Okay, Leute. Gutes, schlechtes Angebot. Da bin ich mir nicht sicher. Spannend ist das Design. Spannend ist die Mobilität. Allerdings dieser USB-C-Anschluss, den ich vorher genannt habe, den braucht man dann eben auch für einen externen Stromspender. Und da muss man genau aufpassen, weil wenn der Film Überlänge hat, mit zwei Stunden, dann braucht es viel Power. Sonst fällt irgendwann mitten im Film eben das Bild aus. Und man muss nachladen oder auf Kabel zurückgreifen. Okay, was mir nicht gefällt, sind die 230 Antilumen. Und der Kontrast von 300 zu 1, da braucht es schon relativ dunkle Räume, dass man was sieht. Helles Licht oder nicht so gute Lichtverhältnisse liegen dem einfach nicht im Freestyle. Muss man schauen, wo man ihn aufstellt, wo man ihn anwendet. Cool ist allerdings wiederum, dass der Beamer über ein bewegliches Scharnier verfügt. Und man kann ihn bis 180 Grad drehen. Man kann das Bild an die Decke, an die Wand, an den Boden projizieren. Und das macht schon Laune. Zudem hat er coole Lichtspot-Effekte, wobei man verschiedene Lichter eben auch im Rahmen von einer Party-Musik eben an die Wand projizieren kann. Mein Fazit? So la la, so la la. Ja, tolles Design, coole Features. Allerdings von der Bildqualität muss man schauen, wo benutzt man ihn. Dunkler Raum, Kinoeffekt, okay, kein Problem. Heller Raum, da wird es schwierig. Am besten vorher ausprobieren. Okay, und dann bin ich noch auf ein Angebot gestoßen im Internet der Inter-Discount-Flyer. Und zwar das HP Notebook 470 G9 5Z0X4ES. Kostenpunkt 7,99,90 Franken. Es handelt sich um einen Desktop-Ersatzmodell mit 17,3 Zoll. Bildauflösung des Displays beträgt Full HD, also 1920x1080. Des Weiteren werkelt ein Core i5, der neuesten Generation, 12-35U. Das ist ein 10-Kern-Prozessor. Dem stehen bei der integrierte Grafik-Core, der Iris Xe-Graphics, 16 GB RAM. Und jetzt kommt es leider nur 256 GB SSD. Das macht das Ganze doch etwas traurig. Ja, ich finde, in der heutigen Zeit sollte ein, auch wenn es sich um einen Homeoffice-Notebook-Desktop-Ersatzmodell handelt, das man sehr bequem unter den Tisch klappen kann und so verschwinden lässt, mindestens über 512 GB verfügen, besser 1 TB. SSD-Speicher ist günstig geworden. Da scheint mir das Angebot von HP Knausrik und von Inter-Discount etwas zu teuer. Deswegen bleibt für dieses Mal mein Daumen unten. Sorry HP, sorry Inter-Discount. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch denn wirklich gefallen hat, dann gebt mir ein Like. In der Mitte könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Links und rechts findet ihr weiter, oben findet ihr weiterführende Videos. Unten drunter unter dem Video gibt es weitere Infos. Bis dahin, macht's gut, schöne Zeit, euer Daniel.